Mein Name ist Michael Lackner. Ich bin seit 2018 als Velo-Edit Manager bei der Pilkington-Austria GmbH tätig. Zu eines von meinen hochwertigen Produkten gehört auf jeden Fall der Digitaldruck. Unsere Kunden, wie zum Beispiel die Metallbauer, die Glasereien und die Tischler, schätzen den Digitaldruck extrem, weil es ein sehr hochwertiges Produkt ist, wo man im Prinzip Farbe oder Designs auf Glas drucken kann, das anschließend einbrennt wird und dadurch immer fix mit Glas verbunden ist. Die Vorteile für unseren Digitaldruck liegen auf der Hand. Der Digitaldruck ist extrem langlebig. Er ist flexibel, weil man kann jedes beliebige Motiv drucken. Er ist blickdicht, man kann blickdicht drucken und im Vergleich zu anderen Drucktechnologien extrem kostengünstig. mit Glas